Evolution, die neue Vielfalt mit Qualität. Die drei Modellvarianten Tisch, Rollen und Bänder bilden zusammen das neue Maschinenkonzept der Evolution-Reihe, das neue Maßstäbe und Sicherheitsaspekte für Umreifungsautomaten sowie den kostengünstigen Einstieg in den Vollautomatenbereich bietet. Eine Maschine, branchenübergreifend im Einsatz. Höchster Bedienkomfort durch stufenlos drehbares Bedientableau, von drei Seiten bedienbar. Visualisierung der Funktionsstände über farbige Anzeige im Bedientableau. Der neu entwickelte Standard-6-Bandweg vereinigt zum ersten Mal Ultraschall- und Heizkeilverschweißung in einer Aggregatstechnik. Durch einfache Demontage von Maschinenkomponenten können Bandwegskomponenten einfach werkzeuglos demontiert werden. Optimierte Fördersysteme garantieren bei allen Modellvarianten eine gute Zugänglichkeit zu allen wichtigen Maschinenkomponenten. Der modulare Maschinenaufbau der Evolution ermöglicht eine identische Technik in allen Modellvarianten. Bedienerfreundlicher Spulenwechsel. Die Spule kann je nach Anwendungsfall von vorne und von der Seite gewechselt werden. Das automatische Bandeinfädelsystem ermöglicht einen unkomplizierten, schnellen Bandspulenwechsel. Zuverlässig, schnell und funktionell. Das Tischmodell der Evolution. Dank zweitem Fußschalter und 180 Grad drehbarem Tableau optimal bedienbar. Damit kann die hohe Umreifungsleistung von bis zu 58 Umreifungen pro Minute voll ausgeschöpft werden. Als Standard steht eine auswählbare Softumreifung bei sensiblen Packstücken zur Verfügung. Für schwere Ladungen steht in der Evolution-Reihe ein vollautomatisches Rollenmodell zur Verfügung, das sich in Produktionslinien integrieren lässt. Die Höchstleistung der vollautomatischen Modellvarianten beträgt bis zu 35 Pakete pro Minute. Durch einen anwählbaren Economy-Modus kann im Bedarfsfall eine maschinenschonende Performance gewährleistet werden. Sicheres Arbeiten ist durch gut zugängliche Notaustaster bzw. Notausverkettung gegeben. Evolution Sonics MP6B. Das ideale Einsteigermodell mit Transportbändern für den Vollautomatenbereich kann in verschiedenen Bereichen wie Pharma, Logistik oder Versandhandel eingesetzt werden. Ein weiteres Highlight ist das neue Parameter-Display. Auf einfachste Art und Weise lassen sich die wichtigen Parameter wie zum Beispiel Bandspannung, Umreifungsabstand, Schweißzeit oder Fördergeschwindigkeit für den Bediener einstellen. Die Evolution wartet auf Sie!